Das ist meine Disziplin und das 15 Meter ist schon recht viel. Ja, das haben wir gesehen. Jetzt fahrt es ein mit dem Cabriolet umeinander. Alles Gute aber für deinen weiteren Weg, für deine Karriere und viel Spass mit dem Cabriolet. Das war sie, die zweite Challenge am heutigen Abend. Wir hätten später... Neeeeee! Dann geht's über die Kurve.